Wissen Sie, das Dasein, das ist nicht so, wie Sie es bis zu diesem Moment geglaubt haben. Es ist nicht fair, es ist nicht nett, es ist nicht gerecht. Der Großteil des Universums ist in Wirklichkeit so kalt, dass Ihnen das Wasser in den Augen gefriert. Der Rest gigantische, kugelförmige Atomexplosionen umgeben von Materie, Klump. Wenn du etwas willst, nimm es dir. Um dir alles zu nehmen, was du willst, brauchst du nichts weiter als absoluten Willen und die Fähigkeit, aus tiefstem Herzen zu lügen. Die Wirksamkeit einer Lüge wird nur beeinträchtigt, wenn dir das Ergebnis wichtig ist. Denke deshalb nie an das Ergebnis. Sag mir, was ich für dich sein soll und ich bin's. Ich brauche, dass du dich sein soll und du denn auch ganz am Boden. Vielen Dank.